Alten Wein zu entkorken kann extrem tricky sein, weil der Korken mit der Zeit immer weicher und morscher wird. Deshalb braucht man da Spezialwerkzeug und gefühlt eine chirurgische Ausbildung. Hier haben wir einmal den Korkenzieher selbst mit einer langen, dünnen Nadel und dann haben wir diese Gabel, das nennt sich Hebamme, mit der man so ein bisschen den Korken vom Flaschenrand löst und damit funktioniert das dann ganz gut. In dem Fall ist trotzdem noch ganz unten ein kleines Stückchen abgebrochen. Das ließ sich dann aber auch einfach herausnehmen.